Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und heute beschäftige ich mich mit Linux Mint in der Virtualbox auf einem Windows 10 oder Windows 11 Gerät und die gemeinsame Nutzung von Ordnern. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch. Wenn ihr noch kein Abo hinterlassen habt, dann wäre ich sehr froh darüber. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, müsst ihr das Glöckchen benutzen. Für alle, die Linux Mint mal probieren wollen, für eine Weile, die werden ja wahrscheinlich ihr Windows 10 oder Windows 11 System nicht gleich über den Jordan kippen wollen, sondern die wollen das erstmal testen. Und die einfachste Variante ist, wenn die Ressourcen des Rechners hergeben, dass man sich Linux Mint in einer virtuellen Maschine, hier in diesem Beispiel, in Virtualbox installieren. Standardmäßig ist es nun aber so, dass man von diesem virtualisierten Betriebssystem nicht auf die Ordner des Host-Systems zugreift. Also in meinem Fall ist es ja sozusagen ein Windows 10 hier und ich habe hier natürlich eine Menge von Laufwerken, Ordnern und Co. Und ich will die ja jetzt nicht alle sozusagen in dieses virtualisierte Linux hinein kopieren. Aber natürlich zum Test brauche ich natürlich Zugriff auf die Dokumente, auf Bilder und andere Sachen, damit ich die hier intern benutzen kann. Da gibt es in Virtualbox eine ganz einfache Variante. Und zwar, man geht hier oben auf Geräte, gemeinsame Ordner und klickt hier das mal an. Dann wählt man dort einfach mal den Ordner auf dem Windows-System aus, welches man benutzen möchte. Ich nehme hier mal jetzt einen Ressourcen-Ordner von mir, zum Beispiel, wo ich meine Fonts habe. Dann könnte man jetzt hier noch einen Einhängepunkt deklarieren, muss man aber nicht in dem Fall. Und man kann jetzt sagen, okay, soll der jetzt nur lesbar sein oder soll man da auch aufschreiben können. So, und natürlich wollen wir den auch automatisch einbinden. Okay, klicken wir hier auf Okay. Und wir sehen, hier ist jetzt schon im Prinzip ein Symbol erschienen. Und jetzt würde man davon ausgehen, dass man hier drauf geht, das einfach so öffnen kann. So, in der Regel werden die meisten jetzt diese Info bekommen. Das lässt sich ganz einfach beheben. Das ist ein Zugriffsproblem, also ein Berechtigungsproblem. Und zwar darf hier jetzt nur der Root-User darauf zugreifen. Und damit man als normaler Benutzer da drauf kann, geht man hier einfach mal in die Benutzerverwaltung. Benutzer und Gruppen unter Windows-Mint. Das muss man sich natürlich verifizieren. Dann wählt man den Benutzer aus. Und hier sehen wir ja Gruppen. Und dieses Element ist anklickbar. Klickt man hier an, dann scrollt man einfach mal hier ein bisschen runter. Machen wir schon so weit. Und dann haben wir hier die Gruppe V-Box-SF, also V-Box-Filesystem. So, das müssen wir einfach anklicken. Okay. Das war's schon. So, jetzt funktioniert das leider nicht gleich. Der versierte Benutzer, der könnte sich das jetzt neu laden. Ich empfehle aber dem nicht so versierten Benutzer einfach mal hier kurz auf Abmelden gehen. Und sich wieder anzumelden. Das wird jetzt auch automatisch sofort wieder eingebunden. Und jetzt kann man auf diesen Ordner ohne Probleme zugreifen. So, das war's auch schon für dieses Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, ein Like, ein Abo und das Glöckchen nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rest der Woche und einen guten Start in die neue. Euer Christoph. Tschüss. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag.